Zum Abschluss der Stimmerklärungen, Herr Kollege Kelly. Der Stimme, Herr Kollege, Herr Kollege, Herr Kollege, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Soweit die Stimmerklärungen zum Lembert-Bericht. Wir kommen nun zu den Stimmerklärungen zum Schleienbericht. Es beginnt Frau Kollegin Harkin. Oh, die ist gegangen. Dann kommt jetzt Frau Kollegin Morbay. Danke, Herr Kollege.